Themenreihe FreePBX Asterisk – Registrieren am Vodafone Kabel Deutschland Anschluss Herzlich Willkommen zu einem neuen Video in der Themenreihe FreePBX Asterisk. Heute geht es um die Registrierung der FreePBX am Kabel Deutschland Vodafone Anschluss. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich auch gleich beim Herrn Tilman Behrens bedanken, denn der hat einen solchen Anschluss und hat diese Konfiguration ausgearbeitet und mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt, damit ich sie hier veröffentlichen kann und auch anderen zugänglich machen kann. Herr Behrens, nochmals vielen Dank. So, und wenn Sie auch wissen möchten, wie das Ganze funktioniert, dann bleiben Sie einfach dran. Gleich geht es weiter. Was wird benötigt? Um dieses Tutorial umzusetzen, benötigen wir eine FreePBX, konfiguriert erstmal nach Teil 1 und nach Erledigung dieses Teils dann noch die Konfiguration nach Teil 3. Und dann sollte man eine funktionstüchtige Anlage haben. Wir sind hier wieder in der FreePBX-Verwaltungsoberfläche und um den neuen Trunk anzulegen, gehen wir wie immer in Connectivity, in Hauptleitungen und hier haben wir die ganzen Trunks und hier legen wir einfach eine neue Amtsleitung an, und zwar eine GenPG-Zip. So, hier oben können wir einen Namen frei wählen. Ich sage einfach mal Kabel Deutschland. So, hier als Caller-ID, da muss Ihre Absender-Nummer hinein, und zwar muss die in Spitze klammern und dann in dem Format plus 49 und dann Ihre Nummer, also Ihre Vorwahl ohne Null und Ihre Nummer dazu muss rein. Ja, so muss die hinein und dann ist das auch soweit in Ordnung. So, Maximum Channels können Sie leer lassen, wenn Sie wissen, wie viele Channels Sie haben. In der Regel sind es ja zwei. Dann können Sie die zwei hier eintragen und damit sind wir in diesem Fenster auch schon fertig. Als nächstes gehen wir in PG-Zip-Einstellungen und hier müssen Sie jetzt die Zugangsdaten eingeben, die Sie von Kabel Deutschland erhalten haben. Das heißt also hier Ihren Username, das ist meistens irgendeine Zahl und Ihr Kennwort dazu, welches Sie bekommen haben. Und anschließend hier der SIP-Server ist wichtig. Da muss rein SIP-Punkt kabelfon.vodafone.de Hier der Port 5060 und da sind wir hier auch schon durch. So, anschließend hier auf den Tab erweitert und hier müssen jetzt noch ein paar Einstellungen gemacht werden. Hier Max Retries, da kommt eine 20 rein. Bei Kontakt-User Wo haben wir den? Hier. Bei Kontakt-User, da muss wieder Ihre Telefonnummer im internationalen Format, also plus 49 Ihre Vorwahl und anschließend Ihre Nummer. Bei From-Domain muss rein SIP, also wieder der Server, Punkt, kabelfon.vodafone.de Bei From-User hier muss wieder Ihre Telefonnummer im internationalen Format rein. Also die hier. Ich verwende wie gesagt hier Fantasienummern, da ich ja wie bereits erwähnt keinen eigenen Kabelfon-Anschluss habe. Bei Client-Ui da muss rein SIP und ein Doppelpunkt dann wieder Ihre Telefonnummer im internationalen Format. Also hier diese. Anschließend ein Add und dann wieder SIP Punkt Kabelfon der Server und zum Schluss wieder der Port. So, bei Server-Ui muss ebenfalls wieder rein SIP Doppelpunkt und wieder der Server und wieder der Port. Und dann noch bei AOR-Kontakt da muss der gleiche Eintrag rein wie bei Client-Ui und den packen wir da einfach indem wir Copy and Paste machen. Auch mit hier rein. Und abschließend müssen wir jetzt noch die Codex konfigurieren. Die haben wir ja hier auf dem dritten Reiter. Und da brauchen wir G722 ULOR ALOR und das war's. Den Rest können wir deaktivieren. So, und damit ist die Konfiguration fertig. Jetzt absenden, Konfiguration anwenden und dann sollte das funktionieren. Ganz wichtig, was die Inbound-Route betrifft. Damit Sie die Nummern vernünftig abfangen können, müssen Sie also in den Inbound-Routen, ich gehe jetzt mal hier in eine ganz beliebige Inbound-Route hinein, müssen Sie, wenn Sie die Inbound-Route anlegen, hier unter Durchwahlnummer, hier, müssen Sie wieder Ihre Telefonnummer im internationalen Format angeben, sonst erkennt die Inbound-Route diese Nummer nicht und kann nicht darauf reagieren, also im internationalen Format. So, das war's zum Vodafone KW Deutschland Anschluss. Ich würde mich über Rückmeldungen freuen, um zu sehen, ob das Ganze auch funktioniert. Ich finde, das ist wieder ein schönes Beispiel, wie auch andere User hier Beiträge leisten, damit ich dieses Tutorial zu einem umfassenden Nachschlagewerk ausbauen kann. Also dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich und das soll's für heute gewesen sein. Danke, Tschüss und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020